Moin Moin Leute, wie ist es wieder die Piste? Wir sind gerade in der Stadt unterwegs und laufen uns die Füße platt. Ole, ich kann nicht mehr. Ja, immer das Rumgehäule hier. Aber meine Füße tun auch langsam weh. Wir sind schon wieder durch die ganze Stadt gelaufen. Aber wir sind hier Obertrave und hier vorne ist Suvanyu. Ich würde sagen, wir gönnen uns einfach mal eine Fußmassage. Man muss sich auch mal was gönnen. Das finde ich gut, Chef. Joa, ne? Mitkommen! Sauber! Ja, da sind wir auch schon, hier vorne. Direkt über vom Seilspeicher, also ganz zentral, rüber zu finden. Ich würde sagen, dann gönnen wir uns mal ein bisschen Wellness, ne? Ja, geil! Ja! Aber erzähl das dem anderen vom Team nicht. Nein, niemals! Nein, 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 niemals! Hallo! Hallo! Was hast du gemacht? Ebenfalls. Wir brauchen unbedingt die Erste Hilfe Fußmassage. Wir sind durch die ganze Stadt gelaufen. Jetzt brennen die Füße. Dann könntest du uns doch schon helfen. Ja, gerne. Dann können Sie bitte Schuhe aussehen und Jacke aussehen, bitte. Ja, alles klar. Wer unsere Videos aufmerksam begleitet, dem sollte aufgefallen, dass Pauli schon in zwei eine Fußmassage bekommen hat. Oh hell yeah! Und womit? Flexible Arbeitszeiten und Fußmassagen. Zu jeder Fußmassage gehört auch ein leckerer Tee. Ich habe mir sagen lassen, das ist ein ayurvedischer Vata Tee. Der ist extra so für Bewegungsabläufe, für Wärme da. Passt ja ganz gut. Alles ist noch dran. Schön knackig, ne? Also, man hat uns gesagt, wir sollen hier noch so ein bisschen nachentspannen. Aber ihr kennt uns ja, wir haben so ein bisschen Hummel im Hintern. Wir sind auf den Geschmack gekommen. Wir gucken uns den Test mal an. Unbedingt. Mitkommen. Oh, hier ist was ganz Feines. Partnermassage. Denk nicht mal dran. Hier ist Partnermassage für die richtigen Thai-Massagen. Also da, wo man so richtig durchgeknetet wird. Oh, hier ist die Einzel-Thai-Massage, wie das aussieht. Da wurden schon einige drauf gequält. Aber ich habe gesehen, hier vorne ist auch eine Sauna. Oh, gefunden. Aber riechen tut das hier auch angenehm. Auch so nach Rennengras oder so. Also hier lässt ich es auch halten. Herrlich. So, das war mega. Also kann ich besonders den Männern empfehlen, die mit ihren Frauen hier shoppen sind. Und durch alle Geschäfte geschleift werden. Das ist ein guter Plan. So eine Fußmassage, mega. Wahnsinn. Also ich bin total entspannt. Es ist wie auf Wolkenlaufen jetzt.